ja hallo zusammen zu einer neuen folge und heute geht es noch mal um die tarifstruktur die neue tarifstruktur der maingau und da hatte ich ja vor ein paar tagen eben das mal zusammen gestellt bzw das video ist schon ein bisschen älter gewesen war halt in der pipeline kam dann erst und da hat jetzt einen user einen kommentar unten drunter gesetzt und da finde ich da das ist gar nicht mal so weit daher geholt und zwar geht es darum ist denn diese zeitgebühr die nach einiger zeit eben verlangt wird also ich glaube nach zwei stunden ac laden einer stunde dec laden irgend so was war es jetzt noch mal ich blende noch mal den tarif ein dann haben wir es noch mal ganz genau ist denn das überhaupt rechtens hintergrund ist eigentlich die stromliefervertrag sage ich jetzt mal ist ja so dass man da nur per kilowattstunde abrechnen darf jetzt darf man aber theoretisch noch komponenten mit einbauen die er zum beispiel jetzt eine parkgebühr beinhalten an den allermeisten ladestationen gibt es aber keine parkgebühr und ich glaube das ist jetzt so der springende punkt das heißt hier zum beispiel in nürnberg gibt es zwar theoretisch so einen straftarif des anbieters wenn die ladung zu ende ist allerdings nicht nach einer gewissen zeit sondern wenn die ladung zu ende ist stehen darf man an den meisten ladestation hier in nürnberg vier stunden das heißt also wenn ich über zwei stunden stehe zahle ich dann eine strafgebühr obwohl der eigentliche anbieter selbst wenn jetzt das auto da noch lädt keine strafgebühr hätte das ist meiner meinung nach tatsächlich rechtswidrig also vor allem sie müssten diese gebühr diese parkplatz gebühr ja dann weiter vermitteln an den an den anbieter und wenn jetzt aber ein anbieter wie in vielen städten das der fall ist keine parkplatz gebühr hat und auch keine erheben will dann halte ich das für schwierig sagen wir mal so ja werde das ganze mal beobachten ich werde mal die meinung anschreiben mal gucken was da als reaktion kommt wie sie denn darauf reagieren denn tatsächlich sollte das eigentlich nur für wirklich dann bei ladestationen gelten wo auch der anbieter so etwas eben macht und der kommentator in dem in dem video hat also da geschrieben er hat bei seinen stadtwerken nachgefragt und die haben gesagt nein nein das geht nicht das geld sollte man nicht zahlen das kann man zurück verlangen wer ja dann vor allem also vor allem der preis ist ja zehn cent pro pro minute das wären ja dann sechs euro in der stunde ich meine das ist ja schon mal erst tut schon richtig weh also und wenn ich mir jetzt überlege okay mit der so ist nach zwei stunden auch mit der großen kein problem normalerweise im sommer im winter ganz mit der großen schon schwierigkeiten sein oder wenn der akku kalt ist bei der bei der kleinen da kann es natürlich auch schon probleme sein dass das länger dauert aber vor allem halt die ganzen schneichlade ich meine mal abgesehen von der diskussion ob das sinn macht oder nicht mit dem schneichladen die haben da natürlich ein problem weil die stehen länger wie zwei stunden also das ist ja gewagt das modell sagen wir es mal so ja ja bin mal gespannt wie es da ausschaut also meiner meinung nach hat tatsächlich nur der eigentümer des grundstücks oder der ladestation betreiber direkt einen anspruch auf so eine parkgebühr was auch der ladestation betreiber kommt immer darauf an also wenn es öffentlicher grund ist dann muss die kommune das vorgeben und da gibt es gesetzliche regelungen da kann es nicht sein dass das wenn jetzt eine ladesäule in einem bereich ist wo keinerlei parkgebühren gibt dass dann da plötzlich parkgebühren anfallen also das ist schwierig ja sicherlich es ist natürlich ein druckmittel um die leute wegzubekommen von den ladesäulen aber ich denke man sollte das nicht nach der standzeit machen sondern tatsächlich sollte man da tatsächlich wenn man schon so etwas so eine strafe einführen wollen würde so wie es bei tesla eben ist die können das machen das sind ja gepachteter grund da haben die da haben die das hausrecht das können sie durchsetzen aber ein anderer anbieter schwierig aber dann könnte man zum beispiel sagen okay nach dem ladevorgang gibt es daneben eine strafgebühr fürs blockieren wobei ich vermute das müsste dann mein mit jedem betreiber selber ausmachen naja wie dem auch sei da gibt es sicherlich noch diskussionsbedarf ich bin mal gespannt was da dabei rauskommt ja vielleicht antworten sie ja auch gleich dann hänge ich noch hinten mit dran an das video wünsche kommentare anregungen gerne wieder unter diesem video bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal